Na, wie laufen die Proben? Lass mich bloß in Ruhe. Hey, du! Ich bin hier drüben, auf dem Monitor. Hey. Hallo, ich bin's. Oh. Ich glaube, dass ich in der Zukunft bin. Zwei Minuten in der Zukunft. Redest du etwa mit mir? Natürlich rede ich mit dir. Dein Monitor und der Fernseher im Café sind mit einer Zeitschleife von zwei Minuten verbunden. Ich bin hier drüben, auf dem Monitor. Hey. Ein Fernseher, der die Zeit außer Kraft setzt. Das ist die Vergangenheit? Verrückt! Aber natürlich, sie sehen uns in der Zukunft. Es wird auch keinen Sinn machen. Also ist es eine Schachtelstruktur, ein Droste-Effekt. Ich bin der Osawa der Gegenwart. Ich bin Osawa in zwei Minuten. Und ich bin Osawa in vier Minuten. Wow! Verrückt! Oh mein Gott, was ist hier gerade genau passiert? Ich hab wirklich keine Ahnung.